Musik Jo Leute, pass Leute, pass Leute Willkommen zu Jungle also wir probieren den capital bra ist die ja leute capital bra ist die wir als erstes nehmen zuerst mal die standard version 40 und dann gehen wir so weiter und sofort los geht's so kann man zum wohnen auf geht's der riecht schon mal der lecker ich schwöre jetzt ohne scheiß ohne blöf ohne irgendein scheiß der ist komplett andris vier sich in so einer so ein geschmack noch nie getrunken ohne scheiß jetzt wirklich was sagst du dazu super perfekt besser als herkömmlicher st oder lass uns jetzt mal zitrone jetzt kommt die zitrone schütteln wir den mal hua ja gründ euch jetzt also ich bin dann ist die zitrone ich trinke ist die zitrone ich find's geil der hier ist andris sehr erfrischend im sommer 30 grad genau sommer alter scheiß so kalt uff 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 das nächste mal auf Nacken von capital bra safe ähm wo der nächste von und die der des des das der der Ich mag den von einer anderen Marke. Diese Farbe ist doch... Granatapfel pervers. Granatapfel so richtig. Wallah, ohne Scheiß, ich schwöre. Leute, ich mach keinen Scheiß, Wallah. Wenn ich Wallah sage, dann is auch Wallah. Granatapfel hat mir noch nie so richtig geschmeckt. Der hier. Andris. Andris. Ich schwöre. Der ist wirklich... Andris. So gut, so erfrischen. Rararara. Krass, lieber. Bruder, jetzt kommt Watermelon. Ich gib ihm Böse. Watermelon. Sag mir nichts, Bruder. Alter, Alter. Alter, nein. Riech das mal. Adalia. Bruder, schau dir nichts. Das ist so gut. Kai Greene. Wasermelone schmeckt am Geist. Krass, geil. Krass, geil. Krass, geil. Also, Leute. Die schmecken einfach. Green, green, green. Janike Pura. Wonderful. So Leute, für mich, für mich persönlich, bekommen alle von mir, also von mir aus, 40 Zitrone, Granatapfel, ne 9. Wassermelone, 10 von 10. Die killt alles. Geschmack, ja, preislich, 9 von 10. Preislich. Ja. Das einzige Mangel. Joa, was war denn jetzt? Ja, bitte. Er wackelt sie. Gio Jogalang. Du luchst. Daniel, Bruder, was sagst du? Granatapfel. Das war mal ein komplett anderes Gefühl. Bei dir war das Granatapfel. So nicht bei dir, Bruder? Wassermelone. Also, riecht man richtig raus. Riechtig. So Leute, das war's mit dem Video. Wir haben... Wir haben für euch den Brate probiert. Und Leute, abonniert den Kanal. Schreibt in den Kommentar rein, was euch so gefällt von diesen Tees. Leute, bis zum nächsten Video. Haut rein. Tschau, bis. Wenn es wieder heißt... Giangura. Daumen nach oben. Blöder Wichser. Wie heißt das Lachen? Wie heißt das Lachen? Brate Lachen. Brate Lachen. Das ist das Brate Lachen. Das ist das Brate Lachen, Bruder. Das ist das Brate Lachen. Das ist das Brate Lachen. Das ist das Brate Lachen. Bis zum nächsten Wochenende если die Minute demanden sein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.